Matthias Freihof ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger. Leben nach dem Abitur und der Ableistung seines dreijährigen Wehrdienstes in der NVA studierte Freihof an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Sein Bühnendebüt gab er am Berliner Maxim-Gorki-Theater. 1986 stand er erstmals für den TV-Zweiteiler Ernst Thälmann vor der Kamera. 1987 spielte er in der Filmbiografie Käthe Kollwitz Bilder eines Lebens Peter Kollwitz, den zweiten Sohn der Bildhauerin, Malerin und Grafikerin Käthe Kollwitz. Mit der Hauptrolle als Lehrer Philipp Klamann in Coming Out, dem ersten DDR-Film mit homosexuellem Inhalt, gelang ihm im Jahr 1989 der Durchbruch. Nach der Wende war er von 1996 bis 1997 in der ARD-Seifenoper Marienhof als Lehrer Boris Magnus zu sehen. Von 1998 bis 2003 spielte er die Rolle des Assistenten Lorenz Wiegand von Hauptkommissar Schischka in der gleichnamigen ZDF-Krimiserie. Gastauftritte hatte er unter anderem in der Alte, Mona M. Mit den Waffen einer Frau, Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei und Stubbe, von Fall zu Fall. In dem Kinofilm Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat von 2008, der das Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 rekonstruiert und in dem Tom Cruise den Part des Stauffenberg übernahm, verkörperte Freihof den Reichsführer SS, Heinrich Himmler. 2021 spielte er in der fünfteiligen ARD-Serie Alunid die Rolle des Volker. Matthias Freihof betätigt sich neben seinen Arbeiten auf der Bühne und vor der Kamera als Synchronsprecher. In dem in den Walt Disney Studios entstandenen US-amerikanischen 30. abendfüllenden Zeichentrickfilm Die Schöne und das Biest, eine Adaption des gleichnamigen französischen Volksmärchen, und in Fortsetzungen Die Schöne und das Biest, Weihnachtszauber und Die Schöne und das Biest, Belles zauberhafte Welt sprach und sang er die Rolle des Biestes, das im Original von Robby Benson gesprochen wird. Freihof ist neben seiner Schauspiel- und Sprechttätigkeit als Sänger aktiv. Eines seiner Lieder trägt den Titel Schmeckt dein Leben nach Kamillentee. 1993 veröffentlichte er gemeinsam mit der Band La De Passage das Album Leidenschaften und interpretierte mit selbiger Band und Gisela May-Lieder von Jacques Brel. Zeitweilig lehrte er als Dozent an der Schauspielschule Ernst Busch und der Berliner Schule für Schauspiel. Freihof lebt in Berlin. Er lebt offen homosexuell. Auszeichnungen 1986. Erich-Weinhardt-Medaille, Kunstpreis der FDJ 1990, Nachwuchsdarstellerpreis auf dem 6. Nationalen Spielfilmfestival der DDR für Coming Out 1990. Silberner Bär der Berlinale auf dem Int. Filmfestival Berlin 1990. Teddy der Berlinale auf dem Int. Filmfestival Berlin.